Ist mein, jawohl, okay. Prediger müssen manchmal spontan sein, das lerne ich gerade eben auch, aber das ist auch nicht so schlimm. Du, Gerd, das passt dir. Danke dir. Vielen Dank. Also, noch einmal. Vor einigen Jahren ist mir ein Missgeschick passiert und ich musste tanken und Gedanken versunken, fahre ich auf die Tankstelle und steige aus, nehme das Zapfventil und fange an zu tanken und irgendwann mal schaue ich auf das Display und stelle fest, dass der Euro sich schneller dreht, als ich es eigentlich gewohnt bin. Heute, klar, würde man das nicht feststellen, wenn man Benzin und Diesel tankt, aber zu der damaligen Zeit war die Differenz noch relativ groß und ja, das ist auch mir passiert. Regina lacht schon. Nicht nur Frauen, sondern auch Männern passiert so etwas. Ich oute mich. Genau. Ja, wie gesagt, der hohe Betrag verwunderte mich auf einmal und dann, genau, Gedanken versunken realisiere ich, im Sekundenbruchteil realisiere ich, dass ich den falschen Zapfventil genommen hatte. Und anstatt das Diesel zu tanken, tanke ich Benzin und ja, jeder weiß, dass es falsch ist, einen Benzin in den Dieselmotor zu tanken und so musste ich das Auto stehen lassen, es wurde wieder abgepumpt und so weiter. Ich bin nicht losgefahren. Und jeder weiß, wenn er aber losfährt und bei Regina letztes Jahr war es das Glück, dass der Motor nicht kaputt gegangen ist, aber auch das weiß man immer. Ja, wenn man falsch tankt, dann kann auch der Motor kaputt gehen. Und genauso wie ein Motor den richtigen Sprit braucht, brauchen wir Christen auch ebenfalls den richtigen Sprit für das Leben. Oder man könnte es auch sagen, deine Geistlichkeit oder wie man auch zu Neudeutsch sagt, deine Spiralität braucht die richtige Triebkraft und den richtigen Sprit. Und unsere Geistlichkeit hat sehr viel damit zu tun, wie es um unsere Beziehung zu Gott steht und daraus auch dann, wie es um die Beziehung zu unseren Mitmenschen geht. Wie es um unsere Beziehung zu uns selber und die Geistlichkeit bestimmt auch unsere Lebensausrichtung, unsere Einstellung zum Leben, wie wir über das Leben nachdenken, wie wir die Umwelt wahrnehmen oder wie wir in Situationen reagieren, die auf einmal über uns hineinbrechen. Das passiert alles in unserer Geistlichkeit, wie wir über Gott denken und über die Welt. Und deshalb ist es wichtig, dass dein und mein geistliches Leben mit dem richtigen Sprit gefüllt sind. Die Frage ist natürlich, was ist denn der richtige Sprit? Was brauche ich überhaupt, um geistlich zu leben, um den richtigen Tank richtig zu füllen? Ich meine, und ich denke, die Bibel ist auch ganz klar, der Sprit für das geistliche Leben ist das Evangelium. Der Sprit für das geistliche Leben ist das Evangelium. Das Evangelium ist die Basis für dein geistliches Leben und für das ganze Leben. Je nachdem, wie du das Evangelium begriffen hast oder verstehst, wie du es für dich in Anspruch genommen hast, wird es deine Lebensausrichtung auch bestimmen. Was ist denn das Evangelium? Das Evangelium oder das Wort Evangelium bedeutet gute Botschaft und kommt von dem Wort Evangelium. Evangelium, gute Botschaft. Der Evangelium, das ist der Herold in der damaligen Zeit gewesen, der hatte den Auftrag gehabt, einen Sieg zu verkündigen. Wenn ein König zu den Zeiten von Paulus oder zu Zeiten von Jesu ein Königreich oder einen Sieg errungen hat, dann schickt er Herolde heraus, damit sie den Sieg verkündigen sollten. Sie haben eine gute Nachricht gehabt, die sie den Menschen im Land verkündigen sollten. Das Evangelium ist somit eine Bekanntmachung, also eine Proklamation oder eine feierliche Erklärung. Der Sieg ist da. Wir haben gesiegt. Und dieses Evangelium zählt sich durch die ganze Bibel hindurch. Im Alten Testament, auf den ersten Seiten der Bibel beginnt es und zieht sich bis zu der Offenbarung durch. Das Evangelium ist nicht nur eine Einführung zum Glauben, sondern es ist die Basis des Glaubens. Und man könnte auch sagen, das Evangelium ist das A und Z des Glaubens. Jemand sagte einmal, das Evangelium ist nicht nur ein Sprungbrett in den Glauben, sondern es ist das Schwimmbad des Glaubens. Es ist überhaupt das, worin wir leben dürfen, aus dem wir leben sollen. Und dieses Evangelium ist der richtige Sprit für dein geistliches Leben. Du und ich, wir brauchen das Evangelium, damit unser geistlicher Motor richtig läuft. Ohne das Evangelium wird dein geistliches Leben ins Stocken geraten und niemals richtig funktionieren. Ohne das Evangelium werden wir nie ein erfülltes Leben führen können. Deshalb brauchen wir das, wir Menschen. Und Paulus war in diesem Sinne ein Herold dieser guten Nachricht, doch nicht im Dienste eines menschlichen Königs, sondern in einem Dienste des ewig herrschenden Gottes. Die gute Nachricht des Evangeliums ist an die Person Jesu Christi geknüpft, dem Sohn Gottes. Oder anders formuliert, der Inhalt des Evangeliums ist die Person, Jesus Christus. Deshalb habe ich meine Predigt auch so überschrieben, wenn ich mal die erste Folie haben darf. Die richtige Tankfüllung. Wir brauchen die richtige Tankfüllung, und zwar das Evangelium. Im Evangelium geht es nicht in erster Linie um uns Menschen, sondern im Evangelium geht es in erster Linie um Jesus und an seine Person. Es geht um ihn und nicht in uns, im Evangelium. Und Timothy Keller schreibt, Wir werden das Evangelium erst dann verstehen, wenn uns klar geworden ist, dass es im Grunde keine Botschaft über unser Leben, unsere Träume und Hoffnungen ist. Das Evangelium redet davon und wirkt sich darauf aus, aber nur, weil es nicht um uns geht. Dabei ist wichtig, dass jeder das Evangelium braucht. Nicht nur Menschen, die an Jesus noch nicht glauben, sondern ich glaube, jeder von uns braucht das Evangelium täglich und wir müssen das als unsere Basis unseres Lebens machen. Wir brauchen das Evangelium, sowohl als Gemeinde hier, aber auch als Menschen, denen wir es weitergeben wollen. Durch das Evangelium werden Menschen zum Glauben gerufen und können in diesem Glauben an die Person Jesu Christi, an der Person Jesu Christi wachsen. Und Paulus fasst es in den ersten Versen des Römerbriefes, in Römer 1, 16 und 17, wie folgt zusammen. Er schreibt, Und von diesen Versen ableitend möchte ich drei Wahrheiten heute an uns weitergeben, drei Gedanken mit uns teilen, die wir in der Schrift finden. Und zwar, der erste Gedanke ist gerettet von der Strafe der Sünde. Der zweite Gedanke ist gerettet von der Herrschaft der Sünde. Und der dritte Gedanke, wir werden gerettet von der Gegenwart der Sünde. Lass uns mal gemeinsam über den ersten Gedanken nochmal nachdenken. Gerettet von der Strafe der Sünde. Wenn Gott rettet, wenn Gott handelt, dann tut er es immer mit einem ganz bestimmten Ziel. Gott handelt nie ziellos. Das heißt, wenn er handelt, handelt er immer mit einem ganz bestimmten Ziel. Gott, und in diesem Fall, Gott rettet von etwas zu etwas. Das heißt, er hat uns nicht nur gerettet, sondern er rettet uns von etwas zu etwas. Können wir auch sagen, Gott rettet den Menschen, damit wir ein geliebter Kinder werden oder damit ich ein geliebtes, angenommenes Kind werde. Gott rettet, damit ich die Strafe der Sünde nicht erleide. Doch um die Rettung zu verstehen, müssen wir auch verstehen, von was uns Gott gerettet hat. Von was hat Gott dich persönlich gerettet? Warum hast du das Evangelium überhaupt angenommen? Und die Verse 16 und 17, wie gesagt, das ist eine Zusammenfassung dessen, was Paulus dann im gesamten Römerbrief dann auch entfaltet. Sie weisen auf das hin, was die Leser des Briefes erwarten. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass Paulus hier beginnt und in den folgenden Versen zunächst beschreibt, warum wir das Evangelium, warum das Evangelium für ihn erstmal wichtig ist. Warum schämt sich Paulus des Evangeliums nicht? Worum geht es? Was ist der Grund, dass Paulus sich auf diese Mission beginnt, wo er als Person verachtet, geschlagen wird? Also den Grund, warum Gott die Rettungsaktion gestartet hat. Und so beschreibt er in Versen 18 bis Ende, bis Kapitel 3, den Zustand des Menschen und beschreibt dieses Warum. Zunächst beschreibt er, dass der Mensch von seinem Schöpfer weiß, aber ihn nicht anbetet. Das heißt, der Mensch weiß von Gott, aber betet ihn nicht an, gibt ihm nicht die höchste Priorität seines Lebens. Der Mensch hält sich für klug und denkt nicht an Gott. Und durch diese fehlende Einsicht ist das Herz des Menschen finster geworden, so beschreibt es Paulus in den Versen. Der Mensch ersetzt Gott mit einem vergänglichen Abbild. Anstatt Gott anzubeten, betet er jemand anders an. Als Jesus gefragt wurde, was ist das höchste und größte Gebot, was sagt er? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und das ist die Ordnung Gottes. Es ist die Ordnung Gottes. Gott hat den Menschen geschaffen, dass er ihn anbetet. Und der Mensch hat diese Ordnung übergangen. Er betet Gott als seinen Schöpfer nicht mehr an, sondern das Geschöpf und das, was Gott geschaffen hat. Und die darauf folgenden Versen im Römerbrief beschreiben das und die folgen daraus. Was passiert, wenn Menschen das, was Gott geschaffen hat, dem nicht folgen? Dreimal heißt es in den Versen 24 bis 32, dass Gott die Menschen dahin gegeben hat. Das heißt, er hat den Menschen ihre Herzen überlassen. Das heißt, die Menschen waren losgelöst von Gott. Das heißt, Gott hat sie losgelassen, was zu immer mehr Sünde geführt hat. Und am Ende von Kapitel 3 im Römerbrief stellt Paul fest, und das ist genauso wie ein Doppelstrich in einer Matheaufgabe, Der Mensch ist schuldig für Gott und Gottes Zorn ist über den Menschen. Der Mensch ist schuldig für Gott und Gottes Zorn ist über den Menschen. Das ist der Zustand eines jeden Menschen. Jeder von uns war oder ist in diesem Zustand der Sünde. Jeder von uns verdient Gottes Zorn und damit auch den Tod. Und Keller schreibt nochmal ein Zitat von ihm, Wenn sie den Zorn Gottes nicht verstehen oder ihn für ein Märchen halten, wird das Evangelium sie nicht begeistern oder motivieren, sondern kalt lassen. In unserer heutigen Gesellschaft sprechen wir lieber von einem liebenden Gott als von einem zornigen Gott. Ihr Lieben. Aber wenn wir den Zorn Gottes nicht verstehen, wenn wir die Diskrepanz dessen nicht verstehen, wer Gott ist und wer wir Menschen sind, wird das Evangelium für uns keine gute Nachricht sein. Es wird ein guter Tipp werden, aber keine gute Nachricht, die uns packt, die uns verändert, die uns begeistert oder motiviert. Gottes Zorn über den Zustand des Menschen ist eine Realität, die wir anerkennen müssen. Und das Evangelium ist somit die einzige Möglichkeit, Gottes Zorn zu entgehen. Um diesem Zorn zu entgehen, sandte Gott seinen Sohn. Gott sandte seinen Sohn auf dieser Erde und erlebte das Leben, das perfekte Leben vor Gott in der Weise, in der Beziehung zu seinem Vater. Jesus, sorry, Johannes offenbart uns in seinem Evangelium, in welcher Weise Jesus das Leben zu seinem Vater hier auf dieser Erde gelebt hat. Gerade wenn wir ins Johannes-Evangelium hineintauchen, beschreibt er diese innige Beziehung, die Jesus auf dieser Erde mit seinem Vater hatte. So sagt Johannes in Johannes 5, dass er nur das tut, also dass Jesus nur das tut, was er dem Vater tun sieht. Jesus tat wirklich eins zu eins das, was Gott von ihm wollte. Es gab keinen Apostrophen überhaupt, dass Jesus tat, was Gott nicht wollte und er lebte das perfekte Leben auf dieser Erde. als Eltern wünscht man sich manchmal von seinen Kindern, dass die Kinder das leben, was wir wollen. Leider passiert es nicht so oft, ich habe es auch genauso nicht gelebt. Da merkt man unsere Fehlhaftigkeit, unsere Sündhaftigkeit in unserem Miteinander. Aber Jesus lebte das perfekte Leben in der Beziehung zu seinem Vater. Kannst du die Fule einmal kurz auf dem Ausmachen? Er lebte das Leben in der Anbetung Gottes. Er suchte nicht seine Ehre bei den Menschen, sondern suchte diese immer, immer bei Gott. Und Paulus berichtet uns dann, dass er in diesem ganzen Leben versucht worden ist, doch ohne Sünde blieb. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 21, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zu Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit Gottes bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Der, den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zu Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus wurde für uns 3, Vers 23 und 24, damit wir gerechtfertigt werden, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit verloren. Doch Gott erklärte uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit. Das ist das, was Paulus erkannt hatte und was Paulus uns weitergeben möchte und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Durch diese Recht, durch den Glauben an Christus werden wir gerechtfertigt, so schreibt es Paulus. Uns wird nicht nur die Sünde vergeben, sondern wir werden mit jeder Auszeichnung, die auch Christus vor Gott hat, ausgezeichnet. Und dieser Gedanke fasziniert mich. Stellt euch mal vor, ihr bekommt jegliche Auszeichnung, die Christus bekommt, die bekommst du angekleidet. Nicht deine Auszeichnung, nicht das, was du tust und machst, nicht dein Leben, sondern das, was Christus getan hat. Mit dieser Auszeichnung wärst du ausgezeichnet. Das beschreibt diese Gerechtigkeit, von der Paulus hier schreibt. Es ist nicht deine und nicht meine, sondern Christi Gerechtigkeit, die wir hier geschenkt bekommen. Und durch diese Rechtfertigung entsteht eine Liebesbeziehung zu Christus, die von Liebe, Vertrauen und Freundschaft bestimmt ist. anstatt von Ferne, von Feindschaft und von Furcht. Diese Gerechtigkeit schenkt uns die Gemeinschaft mit Gott. Wenn Gott uns rechtfertigt, bedeutet es nicht, dass er Gründe sucht, noch etwas Gutes in uns zu finden. Das meint es damit nicht. Er sucht nicht etwas Gutes in dir und in mir, weil da wird er nichts finden. wenn er jemanden rechtfertigt, so sieht er Christus an und schenkt diese Gerechtigkeit, die Christus bekommen hat, die schenkt er dir. Und das ist eine befreiende Botschaft, ihr Lieben. Wenn Gott dich rechtfertigt, dann bedeutet es vielmehr, dass Gott dich wie sein Kind behandelt, dich wie ein Kind annimmt, wie seinen eigenen Sohn. Gott hat nichts mehr gegen dich. Wenn Gott dich rechtfertigt, es gibt nichts, was er gegen dich hat. Und deshalb schreibt Paulus auch im Vers 17, dass im Römer 1 Vers 17, dass im Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart wird. Oder wie Luther schreibt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nicht meine und nicht deine Gerechtigkeit, sondern es ist eine Gerechtigkeit Christi, die jetzt vor Gott gilt, wenn du sie im Glauben annimmst. Und deshalb ist das Evangelium nicht nur ein guter Ratgeber, der dich irgendwie nur vor der Hölle rettet. Es ist eine befreiende Botschaft. Es ist eine befreiende Botschaft, die er jedem schenken möchte. Es ist eine befreiende Botschaft über das, was passiert ist, weil Jesus das perfekte Leben für dich und mich gelebt hat und vor Gott das perfekte Leben, das Gott sich gewünscht hat von uns Menschen, gelebt hat. Vielleicht denkst du und sitzt hier und denkst, das habe ich alles schon gehört. Das habe ich viele Mal sogar gehört. Ich habe es irgendwo verstanden. die Frage ist nur, glaubst du das? Glaubst du an den Zorn Gottes über die Sünde? Glaubst du darüber, dass du gerichtet werden solltest? Glaubst du daran, dass Gott Sünde straft? Gab es in deinem Leben einen Punkt, wo du einfach die abgrundtiefe tiefe Sünde, die dich von Gott trennt, irgendwann mal gespürt hast? Gab es diesen Moment in deinem Leben? Wo du die Trennung zu deinem Schöpfer gesehen hast? Folgende Fragen könntest du dir stellen. Das beziehungsweise wie du an Gott glaubst oder wie du dein Leben lebst, geht es hauptsächlich darum um dich und also darum, das, was du bekommst oder geht es hauptsächlich darum, was Jesus für dich getan hat? Geht es darum hauptsächlich das, was du tust? Es geht um dich, das, was du bekommst oder geht es darum, darum wirklich das, was Christus getan hat? Und je nachdem, wie du die Frage beantworten willst, wird das Evangelium entweder für dich nur ein guter Ratschlag sein oder aber es wird eine gute Nachricht sein. Und das ist das Schöne. Die gute Nachricht ist, dass es nicht um dich geht und nicht um mich, es geht um Christus, alleine um ihn. Und das ist eine befreiende Botschaft, ihr Lieben. Das ist so befreiend, zu verstehen, zu begreifen, dass es nicht um uns geht, sondern allein unten. Sorry, es bewegt mich immer wieder, aber ich bin fasziniert von dieser Botschaft. Paulus gibt uns hier noch einen zweiten Gedanke mit oder ein zweiter Gedanke, der hier nochmal beim Evangelium mitschlägt, ist, dass wir nicht nur von der Strafe der Sünde befreit werden, sondern wir werden auch von der Herrschaft der Sünde befreit. also wir von der Strafe der Sünde, sondern Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit mit der Gerechtigkeit, wir werden mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet, jetzt sind wir seine Kinder und Gott schaut uns nicht mehr irgendwie mal den Johann an, sondern immer wenn er den Johann anschaut, schaut er ihn durch Christus an, um was Christus für den Johann getan hat. Und der Johann darf an Christus glauben und deshalb schaut er ihn so an. Und genauso gilt es für jeden von euch. Doch er will uns nicht nur von der Strafe der Sünde befreien. Das Gute ist, er will uns auch von der Herrschaft der Sünde befreien. Was meine ich damit? Anfangs habe ich erwähnt, dass wenn Gott etwas tut, dann immer mit einem Ziel. Er hat immer ein Ziel und Gott versetzt uns mit der Rechtfertigung, indem er uns durch den Glauben an Jesus Christus für gerecht erklärt, in einen neuen Stand, in eine neue Beziehung. Und Paul schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17 Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das heißt, von etwas zu etwas, immer mit einem Ziel. Was bedeutet das für dich und mich? Was bedeutet dieser neue Stand, diese neue Beziehung? Was bewirkt sie in uns? Diese neue Beziehung bewirkt, dass wir nicht mehr gleichgültig über Sünde nachdenken. Uns wird es nicht mehr egal sein, wenn wir sündigen, sondern wir werden immer ein Bewusstsein haben über die Sünde. Menschen, die Gott nicht kennen, die dieses Evangelium nicht erlebt haben, werden nie ein Sündenbewusstsein im Sinne der Sünde wirklich haben. Menschen, die aber Christus kennengelernt haben, ihn als Retter und Heilern kennengelernt, werden ein Sündenbewusstsein haben. Die Beziehung bewirkt, dass der Glaubende mit der alten Herrschaft bricht und in einen neuen Herrschaftsbereich eintritt. Deshalb, wie gesagt, der zweite Gedanke gerettet von der Herrschaft der Sünde. Paulus nimmt diesen Gedanken in Kapitel 6 und 8 im Römerbrief auf. Er beschreibt, dass wir der Sünde gestorben sind. Wir sind jetzt unter einer neuen Herrschaft, in der wir durch die Rechtfertigung, die wir in Christus erfahren haben, hineingesetzt worden. Die Bibel sagt auch, dass das Reich Gottes, also dort, wo Gott regiert, gelten jetzt neue Maßstäben. Wir lesen davon, insbesondere in der Bergpredigt Matthäus Evangelium. Und trotzdem wissen wir alle, dass es mit der Sünde nicht so einfach ist. Wir wissen alle, dass die Sünde nach wie vor in das Leben hineindringt und vor uns lauert und wir der Sünde immer wieder verfallen. Und manchmal ist es unheimlich zermürbend. Es ist so zermürbend, wenn einfach die Sünde für uns feststellen, ich habe wieder gesündigt. Und Paulus greift diesen Gedanken gerade im sechsten Kapitel des Römerbriefes auf und ich überfliege jetzt einfach mal diese Verse zusammenfassend hier an dieser Stelle. Und erinnert die Christen, dass sie im neuen Herrschaftsbereich Gottes sind. Dass sie tot für die Sünde sind. Das heißt, tot für die Sünde nicht im Sinne von, hey, dass die Sünde nicht mehr da ist, sondern sie sind tot, sind in einem neuen Herrschaftsbereich. Das heißt, sie sind nicht mehr unter der alten Herrschaft der Sünde. Bedeutet auch gleichzeitig, dass die Sünde über sie nicht herrschen kann. Paulus erinnert weiter, wir sind mit Christus auferstanden. Was bedeutet das? Wir vertrauen darauf, dass die Kraft, die Christus vor den Toten auferweckt hat, jetzt weiter in uns siegt. das bezeugt Paulus immer wieder in seinen Briefen, dass diese Kraft, dass wir aus dieser Kraft heraus leben dürfen. Er schreibt weiter, dass wir jetzt für Gott ein hingebungsvolles Leben leben sollen, in dem ich und du gehorsam sind, wo das Reich Gottes in unserem Leben regiert. Und wenn das passiert, wird er immer mehr gestaltet in deinem Leben, gewinnen. Und dann schreibt er im Vers 14, dass die Sünde nicht mehr herrschen wird über euch und wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind. Und hier macht Paulus noch einmal klar, dass es im Kampf gegen die Sünde nicht um eine Willensstärke in erster Linie geht. Es geht nicht um eine Willensstärke, sondern es geht darum, dass wir verstehen müssen, dass wir in einem neuen Herrschaftsbereich leben. Das heißt, wir müssen uns vergegenwärtigen im Kampf gegen die Sünde, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde sind, sondern unter der neuen Herrschaft unter Gott sind. im Kampf gegen die Sünde geht es nicht in erster Linie darum, wie gesagt, dass wir dagegen ankämpfen müssen, sondern wir müssen uns vergegenwärtigen, wer wir in Christus sind. Ich habe für mich persönlich festgestellt und ich denke, die Bibel macht es hier klar, wenn wir im Kampf gegen die Sünde nur versuchen, aus eigener Kraft zu kämpfen, dann werden wir scheitern. Aber wenn wir im Kampf gegen die Sünde uns vergewertigen, wer wir in Christus sind, das heißt, in welchem neuen Stand wir jetzt mit Christus sind, werden wir gewinnen. Das Problem ist, mit dem Kampf gegen, mit der eigenen Kraft gegen die Sünde zu kämpfen, wir werden immer in einer Gesetzlichkeit landen. Wir werden immer wieder frustriert über unsere Sünde sein und werden immer wieder versuchen, gegen die Sünde anzukämpfen. Und Paulus warnt hier und sagt hier, wenn du das tust, wenn du das tust, in Römer 6, Vers 14, wenn du das tust, dann wirst du immer im Gesetz landen. Du wirst immer versuchen, immer eigenständig versuchen. Und hier mal Paulus klar machen, hey, der neue Herrschaftsbereich ist die Christi Herrschaft. und der hat sie dir geschenkt und du darfst in diesem neuen Herrschaftsbereich unter Christus leben. Gott hat uns aus Gnaden errettet und nicht aus Werken. Keiner von uns hat uns etwas beigetragen, dass du gerettet oder dass ich gerettet worden sind. Die Rettung ist uns geschenkt und wir dürfen sie aus Dankbarkeit annehmen. Mir wurde es einmal so richtig deutlich, als ich das Beispiel von einem Mann hörte, der mit seiner Sünde kämpfte. Der Mann kämpfte gegen die Sünde und jedes Mal, wenn er gegen die Sünde gekämpft hat, kam er zum Seelsorger und erzählt er immer wieder, ja du, ich habe wieder gesündet, ich habe dieselbe Sünde gemacht. Er war frustriert in seinem Leben. Und dann sagte der Seelsorger zu ihm, was würde passieren, wenn du mit der Sünde kämpfst und du in dem Moment Gott dafür dankst, dass er für die Sünde gelitten hat, dass er gestorben ist und dich, auch wenn du jetzt diese Sünde tust, in Christus annimmst, wie seinen eigenen Sohn. Was würde passieren, wenn du dir das vergegenwärtigst, dass dir Gott die Medaille des Sieges überreicht hat und dich mit allen Ehren, wie er seinen Sohn ehrt, auch dich ehrt, was würde passieren? fragte er ihn und dann sagte er, ich würde die Sünde nicht tun. Wenn ich anfange an Betung zu geraten, wenn ich Gott anfange dafür zu danken, was er für mich getan hat, in dem Moment was passiert in uns? Wir gehen von unserem Fokus von uns selber weg und wir schauen dann auf Christus und das erfüllt uns wieder mit Dankbarkeit, dass er für unsere Sünde gelitten hat. Was tun wir dann? Wir lassen von der Sünde und das ist das, was Paulus hier im Vers 14 meine ich meint, dass wir im Kampf gegen die Sünde, dass es Gnade ist, hingeben brauchen, sondern wir unter einer neuen Herrschaft leben. Gott lebt durch seinen Geist in dir, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir und möchte dir helfen auch die Sünde zu überwinden. Er möchte immer wieder den Fokus von dir auf ihn lenken. Und das möchte ich uns in Erinnerung rufen. Also, ich schaue jetzt schon auf die Zeit. Wir sind gerettet von der Strafe der Sünde. Wir haben es angeschaut. Wir sind gerettet von der Herrschaft der Sünde. Und ihr Lieben, wir werden gerettet von der Gegenwart der Sünde. Das ist der dritte Aspekt, den ich heute noch mal ganz kurz mit euch beleuchten möchte. Paulus schreibt in 1. Petrus 1, 3 bis 5, ich lese mal die zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten unverweltlichen Erbe, das im Himmel auch bewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Paulus erinnert die verfolgte Gemeinde noch einmal an das Erlösungswerk Jesu, die Wiedergeburt und dann schreibt er, durch diese Wiedergeburt wir eine neue lebendige Hoffnung haben, weil Christus auferstanden ist. Und weil Christus auferstanden ist, haben wir jetzt ein Erbe. Es ist nicht ein Erbe, das wir uns anhäufen, nicht ein Erbe, was wir irgendwie uns anhäufen und auch geschenkt bekommen, sondern es ist ein Erbe Christi, was auf uns wartet. In Galater 4, Vers 7, so heißt so bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ich finde es faszinierend. Wir sind Erben Gottes und ihr Lieben, nicht das, was wir uns hier auf Erden anhäufen, werden wir erben. Ich kann vielleicht meinen Kindern was vielleicht irgendwann mal vererben, aber das, was Christus getan hat, das werden wir erben. Und wenn wir versagen, wenn wir verzweifelt sind, dann wünsche ich uns, dass wir uns das mal vergegenwärtigen, was auf ein Erbe auf uns wartet. Uns bestimmt jetzt eine Hoffnung auf den Himmel. In der Gegenwart Jesu Christi. Und Petrus erinnert uns daran und macht deutlich, dass das Evangelium eine gute Nachricht der Hoffnung ist. Die Frage ist, freust du dich auf den Himmel? Freust du dich auf den Himmel? Freust du dich in die Gegenwart Gottes zu treten, auf die Knie zu fallen und ihm zu danken? Freust du dich darauf? Jemand sagte mal, das, was wir am meisten lieben, wird uns auch am meisten beherrschen. Sagen wir mal, wenn wir Anerkennung lieben, dann wenn oder anders, wenn mir die Anerkennung der Menschen wichtig ist, wird mich das auch beherrschen, weil ich immer wieder darüber nachdenken werde, was andere Menschen über mich denken. Wenn ich meinen Job liebe oder irgendeine andere Sache, wird mich das beherrschen. Die Frage ist nur, ist immer, was lieben wir am meisten? Was liebst du am meisten? Was liebe ich am meisten? Liebe ich Christus mehr als alles andere? Das, was dich am meisten beherrscht, das, was wir am meisten lieben, wird uns auch am meisten beherrschen. Die Frage ist hier auch, liebst du den Himmel? Wenn du den Himmel lieben wirst, dann wird dich das beherrschen. Dann wirst du deine Hoffnung auf den Himmel setzen. Wenn du den Himmel nicht liebst, wird dich das auch nicht beherrschen. Das heißt, du wirst andere Dinge in deinem Leben zur Priorität machen. Glaubst du daran, dass Gott die Zukunft in seiner Hand hält? Glaubst du, dass er dich sicher ans Ziel bringen wird und dass du die Sicherheit in Christus hast? Wir leben in einer sehr fragilen Welt. Jeden Tag kommen so viele neue Nachrichten in ihr Leben. Was machen sie mit dir? Sponnen sie dich an, einfach in der Liebe zu Christus, auf diese Hoffnung, sponnt dich diese Hoffnung einfach in diesen Momenten an? Oder was sponnt dich in diesem Moment an? Vielleicht Angst? Dann wünsche dass du heute das mitnimmst, dass wir eine Erbe haben, dass wir eine Hoffnung haben und dass dieses Erbe nicht unser Erbe ist, sondern das Erbe Christi ist. Wir haben drei Aspekte oder drei Gedanken uns heute gemacht. Gerettet von der Strafe der Sünde, wir haben darüber Gedanken gemacht, das heißt Gott rechtfertigt uns, Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Christi. Wir haben versetzen uns von einem Herrschaftsbereich in den anderen Herrschaftsbereich. Wir sind jetzt in Christus. Es ist Christi Herrschaftsbereich und der dritte Gedanke war, wir werden gerettet von der Gegenwart der Sünde. Das heißt, wir haben eine Hoffnung bei ihm, eins in der Ewigkeit. Ich möchte mit einem Zitat von Jeff van der Stelt an dieser Stelle schließen. Er schreibt, das Evangelium ist nicht nur ein Dogma, obwohl es ist nicht nur eine Geschichte, obwohl es historisch ist. Es ist nicht nur vorbei, obwohl es passiert ist. Das Evangelium ist die Macht Gottes, die uns durch den Sohn Gottes zur Verfügung gestellt wurde, der sein Leben für uns gegeben hat. Er lebt und arbeitet in denen, die an seinen Geist glauben. Und diese Macht wurde ausgeübt, ist derzeit verfügbar und wird uns bis ans Ende schützen. Mit diesen Gedanken schließe ich euch und wünsche euch Gottes Segen in der kommenden Woche. Und wenn ihr angefochten seid, denkt an diese drei Punkte. Wir sind gerettet von der Strafe der Sünde. Wir sind gerettet von der Herrschaft der Sünde. Und wir werden gerettet in die Gegenwart Gottes. Wir werden bald bei ihm sein. Amen.